Meine Folge von Mann und ja, wie geht's euch so? Hallo, wartet mal kurz Leute. Okay, los geht's. Freunde, keine Ahnung, Leute, ich schieße. Schnelles Spiel. Ähm, oben. Ich will immer das Leichtere, weil ich bin geübt von den Leichtern und ich bin nicht immer gut. Ich bin eigentlich immer schlecht. What the fuck? Oh, danke. Pass, 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 pass. Hey. Digi-Bee. Was ist das? Ähm. Wer sind diese Kinder? Ihr kennt das bestimmt. Was ist das? Das kann doch nicht, meine Motherfucker Bitch. Das macht immer nicht leicht. Ich fick jetzt den in ihrem Leben. Ja, raus. Ja, ja. Leute, ich spare für was und ich zeige es euch. Ich spare für sowas. Eigentlich wollte ich mir diese Schuhe kaufen. Diese Schuhe. Die kosten 160 Euro. Nike. Aber das ist doch irgendwie unnötig, wenn ich die zwei kaufen kann. Das finde ich ein bisschen mehr. Skateboard besser. Da kriege ich die Nikes und ein Skateboard. Aber das kostet schon was. Das kriege ich alles kostenlos. Das geht mit schon. So. Hey, Miami Beach. Hauptsache, ich bin nicht schlecht. Hey, Spitz jetzt. So, wenn du jetzt eine Falle gelegt hättest. Haha. Scheiße, Nudel. Was, schon wieder? Nein. Besser als gar nichts. Ich bin nicht zu viel da. Ich hasse von 1, 2. Ich kotze drauf. Ich verdiene mal ein bisschen Geld. Koste nur. So. So. Das war's. So, aufgehen, reingehen, drauf drücken. Okay, Casino. Okay, Casino, play. Auf where? Ja, ähm. Ja. Hoffentlich. Oh, war heute recht. Ich bin immer wieder hochgeschaut. Ich bin fest und viel Spaß. Und, ja. Ich bin fest, ich bin fest. Das war's für heute. Kleine Bösch. die andere Bitte ist da hinten stehen geblieben so wenig so viel 3 Millionen Euro 3 Millionen Euro Oh, we love them all. 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 Tschüss, tschüss. Oh, we love them all. Oh, we love them all. Eins, zwei, drei. Bye.